Der ist mit dem Hinterradel und der Trailmaschine gefahren. Da ist der mit dem Hinterradel auf den Hinterradel gefahren. Da steh mir das gerade vor. Da schwingt alles. Die Holzbrügel alle, weißt du? Na ja. Zwischen die Garen da. Ich bin einfach drüber gefahren. Vor allem, das kannst du ja nicht üben. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Ja. 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 Ja.